Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Carmen vom kleinen ABC in der Küche. Ich habe die letzten Tage immer ganz viele Nachrichten von euch bekommen, weil ich ein Blütenbrot gebacken habe. Und jetzt dachte ich mir, ich nehme euch einfach mit, ich mache nochmal eins. Wir machen heute ein tolles Dinkeltoastbrot und dieses wird dann ebenfalls mit meinem Blüten verziert. Ja, für unser Toastbrot wollen wir jetzt erstmal den Dinkel mahlen. Ich möchte nämlich ein bisschen den Vollkornanteil drinnen haben, da langt mir jetzt 50 Gramm Dinkel zu. Das wird in den Mixtopf eingegeben und gemahlen 30 Sekunden auf Stufe 10. Das gemahlene Dinkelkorn wird umgefüllt, das brauchen wir erst später. Für unser Toastbrot muss erst einmal ein Hefeteig angesetzt werden. Wir brauchen dafür 250 Gramm Milch. Das geben wir in den Mixtopf rein. So, dazu kommt unser Würfel Hefe. Einmal durchbrechen. Ich verwende immer frische Hefe da dazu. Und dann etwas Zucker, plus eine Prise Zucker. Na, komm raus. Damit unser Hefestück richtig schön aufgehen tut. So, das Ganze wird eingestellt jetzt im Mixtopf drinnen. Und zwar hier drei Minuten. Immer bei 37 Grad. Das Hefestück darf nicht höher erhitzt werden, da sonst die Hefebakterien kaputt gehen. Reglerstufe 1 und das war's auch schon. So, jetzt kommen die restlichen Zutaten rein. Hier noch 400 Gramm Mehl. Ich habe jetzt hier vom Malkrad her vom Dinkelmehl 630er hergenommen. Wie gesagt, den Vollkornanteil haben wir ja selber schon drinnen. Ja, dann brauchen wir noch ein Ei dazu. Wussten wir eigentlich, dass ihr den Messbecher hier gleich zum Ei aufschlagen hernehmen könnt? Wer es noch nicht wusste, da habt ihr es gesehen. Das funktioniert hervorragend, weil es eine schöne scharfe Kante ist. Dann kommt noch 40 Gramm Butter dazu. Am besten schon ein bisschen weiche Butter dazu. Bitte verwenden wir. Ja, ich mache sehr gern noch eine Brise Zimt mit rein. Ihr werdet dann merken, wirklich bloß eine Brise. Das bringt einen wunderbaren Duft im Backofen, wenn euer Toastbrot dann drinnen ist. Und noch einen Teelöffel vom Konig da mit dazu. Etwas Salz noch, aber nicht zu viel, weil man das Toastbrot ja dann für herzhaft und auch für süß dazu verwenden kann. Das kommt ebenfalls noch mit rein. Ein Teelöffel Salz. Und dann geben wir hier drinnen ein, fünf Minuten die Knetstufe. Ja, das war es dann auch schon da dazu. Bei der Knetstufe wisst ihr ja hier das Ganze drinnen eingeben. Er knetet rechts, er knetet links herum und dann sehen wir uns wieder, wenn der Teig fertig ist. So, jetzt habe ich was vergessen. Mein Vollkornmehl. Ja, also deswegen ganz kurz Gerät stoppen. Natürlich müssen meine 50 Gramm Vollkornmehl, was ich vorhin gemahlen habe, auch noch mit rein. Und dann können wir unseren Thermomix wieder anschalten, damit er das Ganze knetet. Übrigens noch zum Vollkornmehl ein Fit mit dazu. Natürlich könnt ihr auch ein gemahlenes Vollkornmehl kaufen. Mahlgrad wäre ja dann ganz ein anderer. Aber es ist natürlich sinnvoll, wenn man öfters Getreide mahlt, dass man das Ganze selber mahlt. Ihr habt ein frisches Korn gemahlen, ihr habt ganz andere Qualität drin. Denn vor allem die Getreidekörner sind viel länger haltbar als gemahlenes Mehl, was ihr kauft. Und daher habt ihr auch dann immer die Möglichkeit, selbst wieder frisch zu mahlen. So, das Ganze wieder angestellt und dann wird der Teig geknetet. In der Zwischenzeit, wo der Teig knetet, können wir gleich die Backform einfetten. Oben auf den Rand nicht vergessen. Ich verwende zum Einfetten immer mein Backtrennmittel. Das habe ich euch in einem anderen Video zusammengestellt. Der Teig ist fertig geknetet und wird jetzt in eine bemehlte Schüssel umgefüllt und dann mindestens 30 Minuten bei Zimmertemperatur gehen gelassen. Es ist ein sehr schöner, fluffiger, geschmeidiger Teig geworden, wenn wir den rausgenommen haben. Oftmals bleiben natürlich bei diesem Teig auch noch wegen Teigreste mit drinnen. Da braucht ihr nicht mit eurem Spatel hingehen oder mit die Finger. Ich zeige euch einen Trick, wie ihr diese Teigreste hier auch noch rausbekommt. Und zwar tut ihr so einen halben Teelöffel Mehl wieder in den Mixtopf rein. Und dann geht ihr auf die Turbo-Taste und nur eine Sekunde auf der Turbo-Taste wird das Ganze nach außen geschleudert. Das ist das Ergebnis beim Rausschleudern nach einer Sekunde Turbo-Taste. Das kann jetzt problemlos noch mit dem Spatel herausgenommen werden. Kommt noch in unseren Teig mit rein und dieser wie schon gesagt jetzt mindestens eine halbe Stunde gehen lassen. Um den Mixtopf nach dem Teig gleich sauber zu bekommen, gibt es jetzt hier bei der Vorspültaste verschiedene Arten beim Vorspülen zu wählen. Dafür gibt es auch eine Teig-Vorspültaste. Dafür gibt man einen Liter Wasser in den Mixtopf. Bitte nur einen Tropfen Spülmittel rein, bitte ja nicht mehr, weil sonst schäumt euch der ganze Spaß nämlich über. Und dann stellt ihr hier beim Vorspülen einfach, da kommen erst die Infos dazu, hier könnt ihr das Ganze einstellen. Seht ihr, hier war Teig und dann fängt es automatisch auch schon an mit der Teig-Vorspültaste sich das Ganze hier zu erhitzen, in Bewegung zu setzen. Und da seht ihr, euer Mixtopf ist danach tatsächlich wieder hervorragend sauber. Ihr seht, der Teig war jetzt eine halbe Stunde bei Zimmertemperatur gestanden, er ist wunderbar aufgegangen. Und den tue ich jetzt hier auf einer etwas bemehlten Arbeitsfläche heraus. Dann rollen wir den zu einer großen Rolle. Wir falten ihn aber ein paar Mal, damit er elastischer wird. Und dann muss er in die Form reingegeben werden, aber dann noch einmal etwas gehen lassen. Der ist ja wirklich sehr schön von der Konsistenz her. So, und jetzt am besten ein bisschen flach drücken. Und jetzt fangt er an, den Teig hier ein bisschen zu falten. Noch einmal, noch einmal falten. Dann bekommt er eine wunderbare Elastizität. Gut, das macht man mit anderen Broten ebenfalls so. So, wenn wir den dann hier ein paar Mal gefaltet haben, dann rollen wir den einfach so zusammen. Und das war's dann auch schon. Und dann können wir den hier in die Form reingeben. So, schaut's, das war keine große Sache. Jetzt kommen wir aber mal zum Wesentlichen fürs Blütenbrot. Und deswegen nehme ich euch mit in den Gartner. Denn ich werde immer wieder gefragt, was sind denn das überhaupt für Blumen? Und die zeige ich euch jetzt unten live. Wir sehen schon unsere Blumen, das sind die Cosmea-Blumen. Die gibt es in ganz verschiedenen Rosafarben, hell sowie dunkel. So schauen sie aus. Die tue ich jetzt abschneiden. Und dann werden wir unser Brot damit verzehren. So, vom Garten wieder da. Hier sind meine Blumen. Übrigens Cosmea heißen die Blumen. Jetzt habe ich hier die Stiebe abgeschnitten. Und als erstes wird unser Brot hier mit Wasser bepinselt. Oben die Oberfläche. Einfach nur etwas einpinseln. Soll der Kleber sein. Und jetzt tun wir hier unsere Blüten erst mal drauf anrichten. Und diese werden auch mit Wasser noch einmal angestrichen. Dass die hier schön auf dieser Oberfläche vom Teig kleben bleiben. Der Teig war übrigens noch mal 10 Minuten gestanden. Jetzt ist er deswegen noch mal so schön aufgegangen. Und jetzt verziehen wir das Ganze. Aufpassen beim Hintupfen der Blüten, dass, wenn es geht, die Blüten wirklich schön fest anliegen. Weil sonst verbrennen die nämlich oder bröseln dann so ab, weil die ja sehr vertrocknen dann auf der Oberfläche. So, unser Brot wird jetzt gebacken im Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Und da wird das Ganze schön knusprig. Und dann können wir es anschneiden. So, unser Brot ist fertig. Das war jetzt 20, 25 Minuten im Backofen drinnen. So, jetzt stürzen wir das mal hier raus. Ihr seht, die dunklen Blüten haben ihre Farbe gleich noch am besten behalten. Die anderen sind etwas heller geworden. Und hier sieht man es auch sehr schön. Diese Blüten, die wo hier nicht anständig anliegen, wenn man es mit Wasser bestreicht, wenn ich jetzt mit dem Finger hingehe, die brechen nämlich dann ab. Und die anderen sind richtig schön hingeklebt. Aber das macht nichts. Ich finde das Blütenbrot wunderschön. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier etwas Neues zeigen. Konnte euch neugierig machen. Vielleicht habt auch ihr mal Lust, mit Blüten zu backen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Also Cosmea heißt die Blüte, die wo ich hier drauf habe. Aber es gibt im Garten noch ganz viele andere Blüten, die wo ihr zum Backen oder auch zum Kochen verwenden könnt. Also bitte immer alles essbare Blumen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Die Eure Carmen vom kleinen ABC in der Küche. Bis zum nächsten Mal.